R-E-W-R-M-S-I-D E-Beams 1 fährt Morgen C-Fam, was geht ab? Mit Facebook beginnt... was? Mit Facebook? Mit Facebook beginnt mein Tag. Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. Viele haben mich im Twitch-Chat angebildet. E-M-A-B-O-M-I-V-L-O-G Und ich so, oh Leute, ich hasse doch Vloggen. Und ich hasse euch doch auch alle. Ist ja auch egal. Mein Hass kanalisiere ich erstmal woanders hin, Leute. Denn wir sind heute auf der DreamHack in Leipzig. Und ich bin hier mit meinem Partner AP. Und wir werden... Du bist nicht mein Partner, okay? Ach ja. Ich muss übertrieben pupsen. Aber ich habe gar keinen Bock, das jetzt im Vlog rauszuschneiden. Deshalb lasse ich jetzt einfach den Hals ein. Oh, unangenehm. Auf einmal kannst du das, ja? Nee, ich kann das nicht einhalten. Ich muss immer im Auto pusten. Wir sind auf jeden Fall gerade weg in the nighties, meine Freunde. Wir haben ein wunderschönes Zimmer mit wunderschönen Vorhängen. Also wer auf jeden Fall sein Haus von innen mal richtig versauen will, kann sich auf jeden Fall so einen Bewichsner-Ledersetzel mit einem Asthma-Spray holen. Dann noch so eine geile Alte, die sich da schminkt. Das ist auf jeden Fall echt extrem nice. Wir gehen jetzt rüber, wie gesagt, zur Messe in der Leipzig. Ich habe absolut keine Ahnung, was heute passieren wird, was überhaupt generell die Tage hier abgeht. Ich denke mal, ich werde ein bisschen PUBG. Klar, nach Minuten hast, aber trotzdem nicht weiß, was du tun musst. Hier sind Melonen drauf. Guck mal, Minecraft-Melonen hier. Da, siehst du? Ja, ich werde auf jeden Fall PUBG und LOL spielen. Ich hasse LOL, ich liebe PUBG. Ich hasse PUBG eigentlich auch. I don't know, what's happening. Ich vlogge das erst mal wieder seit Jahren mit einem Gorilla-Pod in der Hand, mit diesem hässlichen, schweren Ding. Meine Kamera-Videos ungefähr wieder 16 Kilo, aber dafür, dass ich ja regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, das sollte das für mich gar kein Problem sein. Wir sehen uns gleich irgendwie auf der Messe und machen da ganz geile und lustige Sachen. Steht einfach so auf diesem Briefing-Rennen. Ein Kilometer, wir laufen so sieben Kilometer. Dann haben wir eben noch Moonday und Papa Platter getroffen, mit einem Taxi-Fahrer und haben gefragt, hey, wäre es dir vielleicht möglich, dass fünf Leute mitkommen? Der Typ guckt mich so an. Nein, das ist ein Viersitzer, da können keine fünf Leute rein. Ich so, alles klar. Okay, okay. Ja, herzlich willkommen in Heipzig. Geile Zeit hier. Leute, guck mal, hier ist dieser Patschi-Bus. Einfach. Nur das ist von Fron & Ella und nicht von Patschi. Trotzdem schön. Jetzt hier, und ich sag mal ganz ehrlich, also ein Kilometer, Leute, das sieht für mich anders aus. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass die Motivation jetzt schon am Boden ist. Brauchst gar nicht so zu gucken. Ich mein dich, ja. Latten, Daddy. Was ist los, Ingo? Ansage? An Montana Black. Traust du dich? Und wenn du das siehst, Junge, ich komm und kill dich. Heftig. Hör mal ganz kurz bitte den Witz, den ich hier gestern mit in einem Haarenhotel erzählt habe. Also ich fahr heute Morgen beim Frühstück, ja? Okay. Und hatte da ein Rührei gekauft. Und dann habe ich den Kellner gefragt, ob da mal ganz kurz kommen könnte. Und ob man aussieht, weil ich habe da ein Haar bei mir in einem Rührei gehabt. Oh, nee. So, wir sind jetzt gebrieft worden. Wir haben hier alles erfahren, was wir machen müssen. Ich habe gerade schon gemerkt, in den Goodie-Bags ist ein Feature-Spinner drin. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Möglichkeit, meinen diversen psychischen Erkrankungen ein wenig Ablenkung zu verschaffen, während ich spiele und ausraste. Kann ich dir ein T-Shirt anbieten, Bram? In L. Ja, das ist doch meine Größe. Ja, genau. Mach mal bauchfrei einfach heute. Wir werden jetzt gegen die Community spielen. Ich darf in League of Legends spielen. Ich bin extrem gehypt. Es wurde gerade die Frage gestellt, hey, wer will da kein League spielen? Habe ich aufgezeigt, dann hieß es doch, du musst. Das ist mal wieder unfair. Und ich glaube, da werden auch meine grundsätzlichen Menschenrechte einfach außer Kraft gesetzt. Aber ich bin das nicht anders gewöhnt, weil ich einfach immer weiterverkauft und durchgehändigt werde. Leute, ihr kennt mich. League of Legends! Bringst du mir jetzt League of Legends bei? Ja. Und, hast du Bock? Ja. Und, was muss ich da so machen? Man muss Männer küssen im Spiel. Ach, du bist ein Mann? Oh Gott, das muss ich selber nicht. Ich hasse mein Leben. Der hat ja ein paar Nachrichten für dich hinterlassen. Ich hasse dich, Larry. Soll das eigene Frisur sein? Deine Eltern lieben mich nicht. Das ist aber alles real, oder? Ich denke schon, oder? Ist das eine Frisur? Nein. Nee, oder? Das ist die Bowser-Penna-Frisur. Bruder, aber ich muss zum Friseur. Du hast extrem schöne Augen in dem Licht, ne? Danke, babe. Aber der lässt die Scheiße aus. Corona, aber es geht, na? Na, das ist auch. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben League of Legends gespielt. Latten-Daddy. Kurz zu meiner Performance. Challenger? 0-0-1, Junge. Genau, 19-0-1. Ich denke, der Challenger-Rang ist mir. Hier sieht man mich nochmal. Das ist irgendwie falsch angezeigt. Das hier bin ich mit 16-2-8. Relativ stabile KD, denke ich mal. Mit Links natürlich komplett durchbasiert. Immer weiter cool und Ege-Stamp, Leute. Das ist genau mein Ding, ja. Immer schön Top-Lane, Bottom-Lane, Links-Rechts. Dann die Tower weggeholt, die Minions gefickt. Leute, extrem geiles Game. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Meine Gedanken, mir das Leben zu sehen, nachdem ich das Spiel gespielt habe, sind auf jeden Fall gestiegen. Machst du jetzt einen League of Legends-Kanal, sagst du? Ich werde mich jetzt umbringen, ganz genau. 1-8-6-1-13-3. Wie soll ich sagen? Ich hatte keinen Support, ich war vain. Ich bin einfach geplatzt. Ja, auf zu lügen. Schaut mal hier, ich habe mir gerade mal kurz den Anfänger-Lightwaden gegeben, Leute. Ja, ich denke mal, dass ich auf jeden Fall jetzt als Challenger, denke ich, mal anfangen kann. Johnny hat mich gerade schon mit Panatic in Kontakt gebracht. Die ganzen Koreaner haben gesagt, ey, komm unbedingt ran. Ich denke mal, meine neue Karriere als E-Sportler würde ich zum Wege stehen. Leute, das war's mit Minecraft-Content. Ein für alle Male. Selber schuld. Jetzt kommt nur noch League of Legends. Ich bin extrem glücklich. Als ob ich lüge, ich bin extrem unglücklich. Ich hasse League of Legends. SIE! Der hat jetzt auch die Grammstunde. Guck mal, das hat der ganze Fan. Keiner will Fotos mit dir. Guck mal, wie geil die sind. Oh mein Gott, guck mal. Alter, in Hochglanz, Leute. Das ist Quality. Hallo, wollt ihr ein Foto mit ihm? Wollt ihr ein Foto? Nein, kein Interesse? Ey, was aber war das? Überall Fans, überall Fans. Oh, da kommt ein Fan. Es ist Monday 18. Schaut mal, was wir gefunden haben. Beschweren kann man sich daher weniger. Alter, spinnt der guter Fidget? Der Bad Fidget. Spinnt der guter Fidget oder nicht? Meine Güte geht ab. Wow. Ich zeig dir mal erst mal meine coolen Tricks. Warte. Gucci Gang, Gucci Gang. Yeah, yeah, yeah. Live in the good life thing. Mit Verpackung. Warte, warte, warte. Schau mal, ich kann wirklich eine Menge damit machen. Warte? Mach von einer halt in die andere. Trickshot. Alter, du perfect, Junge. Incoming. Ich hab jetzt folgendes vor. Dieser Fidget Spinner-Spinner-Spin ist wirklich seit 5 Minuten. Und ich glaube, in 5 Minuten bin ich fast kurz nach Weltrekord. Ich werde jetzt den ganzen Block über, den ganzen Tag lang diesen Fidget Spinner-Spinnen. Ich werde einen Weltrekord aufstellen, Leute. 95 Stunden Fidget Spinnen, Leute. Ab jetzt, ab heute. Damit dieses Video einen Titel hat. Und damit ich hier nicht sterbe. Weil keine Leute zu mir kommen und Fotos mit mir wollen. Aber wenn ich dann der Weltmeister am Fidget Spinnen bin, dann, Leute, geht meine Karriere steil nach oben. Gang, gang, gang. Niemals aufhört zu spinnen. Ihr wisst Bescheid. Geht mir ein Haar. Oh Mann, ich liebe die Crowd, Alter. Ich liebe die Crowd. Gottverdammt, ist das geil, Mann. Influencer, ja. Ich bin seit 200 Stunden dran. Es geht gut auf die Brust, Leute. Aber ich zieh durch, ich zieh durch. Ich muss hier meine Promo machen. Bis gleich. So, hier, ein Rundfunk an der Platte. Dann werde ich mir auch jetzt los. Ich komme jetzt weg, aus Arbeit los mit der Gang hier. Mein Gott, Alter. Oh, Leute. Ich bin jetzt schon seit 6 Stunden dran, diesen Fidget Spinner zu spinnen. Ich merke, äh, zwingend seit, dass mein Kampaltunnel, der verkrampft die ganze Zeit. Ich kriege Kampaltunnel-Syndrom. Aber für den Weltrekord, Leute. Es ist echt nicht leicht. Latten-Daddy, die ganze Zeit die Stoppuhr laufen auch. Und filmt auch immer, ne, hier. Leute, hör auf, Mann, ich versuche hier gerade einen Weltrekord. Ich wechsle auch immer die Hände. Gerade da ist es natürlich extrem gefährlich, Leute. Denn da könnte der Fidget Spinner aufhören zu spinnen. Und aufhören zu fitschen, der Spinner. Nochmal, der spinnt immer noch sehr gut und beschweren kann ich mich da bis jetzt noch nicht. Aber ich bin dran. Wir bleiben. Danke, Leute. Bis später, bis später. Ciao. Ihr seht vielleicht, Leute, es ist draußen schon dunkel geworden. Wir sind jetzt schon seit 18 Stunden mit dem Fidget Spinner am Spinnen. Mein Herz macht langsam nicht mehr mit. Und mein Kampaltunnel-Syndrom wird immer schlimmer, dass ich halt nur noch mit dem Handgelenk andrehen kann. Oh Gott, fuck. Jay, unterstützt du meinen Weltrekord? Der längste Fidget Spinner der Welt spinnt? Nein. Leute, ich muss gleich auf die Bühne Papi spielen. Und das wird auf jeden Fall echt eine Herausforderung, den Fidget Spinner zu spinnen. Vielleicht, wenn ich Papi zu gewinnen. Revi, 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 Revi. Aber ich bin da dran, Leute. Revi, 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 Revi. 13, geht erst mal schlafen. Ich habe diese Fingerüberwägung quasi jetzt schon verinnerlicht. Und meine Hand kann gar nicht mehr anders, als so zu machen. Aber es tut unglaublich weh. Aber ich werde diesen Rekord aufstellen, Leute. Für meine Mutter, die den Fidget Spinner erfunden hat. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Das war es vom ersten Tag der Dreamhack von meinem Fidget Spinner Weltrekord. Ich bin immer noch am Spinnen, Leute. Mann, man hört uns nicht mal das Mikrofon falsch. Mach doch jetzt die Kamera aus, bitte. Leute, nächster Tag. Ich bin immer noch dran. Der Weltrekord geht auf jeden Fall gut voran. Bis in der 23 Tage ist ein Fidget Spinner am Drehen. Nein, hör auf! Alter, das dreht nicht. Es gibt halt immer wieder Leute, die mich aufhalten wollen. Aber fuck with my Spinner. Jetzt spiele ich wieder League of Legends und gewinne. Boah, geil. Fidget Depp. Guck mal, 2016 in einer Person. Unangenehm, Alter. Einfach ein unangenehmer Charakter bist. Wir gehen. Kommt. Ciao, 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 ciao. Was hast du gerade geschenkt bekommen? Nee, ich nicht. Du, weil du hier in der Inkontinente von uns beiden bist. Guck mal, Leute, wir haben gerade von Marc eine Windel geschenkt bekommen. Dürfen wir die behalten? Ja. Echt jetzt? Geil, Alter. Ich werde mir auf jeden Fall damit richtig die Hose kacken, Leute. Guck mal, wer haben wir jetzt hier? Spurer Blatt Plus. Es sieht aber jetzt noch größere Aufnahmekapazität. Hast du die Windel selber designt? Die Windel selber nicht, aber die Verpackung, ja. Ja, aber sehr schön, sehr schön. Ja, Leute, geil. Dann werde ich die heute mal ausprobieren. Auf der Messe auch, ja? Auf der Messe auch, ja. Wenn die voll ist, gebe ich die euch einfach, ja? Genau. Sehr gut. Nice, danke schön. Das wird nochmal richtig unangenehm für dich. Folgt mir auf Instagram, Instagram. Wer ist für Papa Platte hier? So unangenehm, Digga, ich schwöre. Freut mich, wenn ich dir immer eine Freude machen kann. Folgt ihm auf Twitch rein. Leute, wir sind jetzt bei Tag 54 vom Fitnessbinder Weltrekord. Das Ding dreht sich zwar noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist dermaßen anstrengend. Aber wir sind auf jeden Fall dran, Leute. Ich denke mal, die 60 Tage werde ich knacken, aber dann, ich habe da 60 Tage nicht mehr geschlafen. Aua, mein Kapal-Tunnel-Syndrom. Du schaffst jetzt. Das muss ich weiterdrehen. Halt durch. Aua. Schön, dass du wieder hier bist, ne? Ja, ich muss die halt sauber machen. Ach so, okay. Okay? Ja, ja. Und ich habe sicherlich nicht auf den Tisch gehauen, dass Tasten rausgesprungen sind. Leute, das war es von diesem wunderschönen Vlog. Ich habe einen Fitnessbinder jetzt an den nächsten übergegeben. Der Weltrekord wird auf jeden Fall weitergeführt von meiner Familie. Ich bin sehr stolz, dass das so gut geklappt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals schaffen werde, denn es war für mich auch eine physische Aufgabe, sowie auch eine psychische Aufgabe. So mental hat mich das echt an meine Grenzen gebracht, Tag und Nacht diesen Fitnessbinder zu spinnen. Ich glaube, dass ich tatsächlich anderthalb Jahre zu spät mit diesem Video bin, aber so ist das leider. Kann ich jetzt auch nicht ändern, weil ich den Trend nicht mehr mitnehmen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ganz doll gefallen, Leute. Mein Karpaltunnelsyndrom wird morgen operiert. Meine Schulter wird wieder morgen angerenkt. Meine Beine sollten spätestens übermorgen wieder funktionssüchtig sein, Leute. Weil klar, ihr wisst, dass beim Fitchespin sind natürlich gerade die Beine und unteren Wadenmuskeln sehr beansprucht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wolltet unbedingt einen Vlog von der DreamHack, jetzt habt ihr ihn. Denkt dran, ist es 2018, immer schön dabben den Fitchespinnerspin und sich überhaupt nicht beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger, würde ich sogar sagen. In diesem Sinne, macht's gut, hallo, bis zum nächsten Mal, tschüss.